Was macht ihr hier? Abhängen? Macht das nochmal! Nochmal! Was macht ihr hier? Und auf den Kopf angestoßen. Willkommen in der Chiller Lounge. Ich hebe meinen Fuß circa hier hin und lege ihn über meinen anderen Fuß. Die chillt so enorm, die Frau. Das ist nicht mehr normal, ne? Willkommen zurück zu Fallout. Endlich ist es wieder so weiter und ich kann eine Runde aufnehmen. Ihr wisst, wir sind letztes Mal in diesem Terminal gewesen. Wir haben es doch schon gehackt gehabt. Aber dann hat die Xbox ein Update gemacht. Na, scheiß, ne? Ein schimmiges Leck wurde festgestellt. Verlassen Sie umgehend das Gebäude. Ach was? Ablauf, Beobachtungslabor, Begrüßung der VIPs, Vorstellung von Halucigen und von wichtigen Produkten, Aktivierung des automatischen Vorführungssystems. Übrigens, ich habe noch so eine Nebenquest aktiviert. Ich soll noch für ihn so eine Hand was mitbringen hier aus dem Puff. Überwachung der automatischen Vorführung. Bei viel Funktion sofort eine andere Demonstration starten, um Aufmerksamkeit gezielt zu lenken. Im Fall eines katastrophalen Fehlers oder unmittelbar nach Tests mit dem Löscher werden die VIPs zu Marketingpräsentationen in den Konferenzraum geleitet. Labore sind von Testsubjekten Blut und Flüssigkeiten zu reinigen. Bah! Nach dem Test des Löschers muss die Verwaltung kontaktiert werden, um die Testkammer auszutauschen. Auszutauschen? Alter Verwalter, hier müssen wir den Löschertest. Sicherheitsabriegelung beenden. Warte mal, ich will noch kurz ein paar Leute totquälen. Brücken wir mal den Knopf ganz rechts hier. Was passiert? Herr Lucigen, der Streuer ist ideal, um Zivilisten gewaltlos aus Bereichen zu entfernen. Wow, die ist gestorben, die Frau. Das ist jetzt aber blöd, ne? Naja, für die Wissenschaft. Was haben wir hier? Herr Lucigen Gas, zuverlässige Kontrolle für Menschenmengen seit 2055. Vorsicht bei der Anwendung. Kann zu unvorhersehbaren Sinneseindrücken führen. Ruhe Dosen können schweres Nierenversagen hervorrufen. Gift Nummer 3. Für Abschauen brauchen Sie keine Wachen mehr. Testen Sie den Unterdrücker für Herr Lucigen. Oh. Jetzt testen wir nochmal das hier. Oh, da ist auch wieder einer. Eine spannende Neuerung im Bereich der Tarntechnologie. Mit der unhandliche Generatoren der Vergangenheit angehört. Oh. Manche Personen können unter Umständen dauerhaft nicht mehr gehört oder berührt werden. Derzeit laufen weitere Forschungen. Tür ist offen. Nee. Herr Lucigens Auslöscher bietet ihren Truppen eine hochmoderne Lösung für Dekontaminierungen im Einsatz. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Ey, wenn der Pisser jetzt hier hochkommt und unsichtbar um den Arsch kneift, direkt hier mal das hier an. Wo ist denn dieser unsichtbare Pisser jetzt hin? Ich bin gerade so ein bisschen angeschissen, denn ich will nicht von diesem unsichtbaren Dödel gefressen werden. Passt schon, ne? Männer. So. Jetzt können wir hier endlich weitergehen, Leute. Nach Jahrtausenden des Wartens. Da vorne liegt irgendwas. Wahrscheinlich so eine Probe. Wiederhole. Ein chemisches Lecken. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Bitte das Gebäude umgehen. Evakuieren. Leid. Was macht ihr da unten? Polka tanzen. Ich höre es doch. Aha. Ein Gunner. Ich habe es doch genau gewusst. Das sind die Drecksack hier von dem Spiel. Schön den Kopf zerstückeln. Alter, ich bin so ein Meisterschützer, oder? Aus der Entfernung. Komm jetzt. Der Rechis. Mach das nochmal! Nochmal! Mach das nochmal! Ja! Du? Ich das? Entschuldigung. Sie sind überall weg! Weg! Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Aber unser Ziel war es noch nicht hier, oder? Das war noch nicht unser Ziel. Wir müssen noch ein bisschen weiter gehen. Ob hier das Ziel versteckt ist? Ziel bist du in dem Eimer? Na ja, also ich sage es mal so, Leute. Ich gehe nochmal kurz zurück und hole jetzt dieses Ding. So, da will ich hin, genau. Was macht ihr hier? Abhängen? Na, 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 na. Ha, ha! Na, 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 na. Oh, der liegt aber ganz schön unangenehm hier. Ist aber schon eher jetzt nicht so die Yoga-Position Nummer 1, die ihr hier macht, oder? Ist das der goldene Falke? Der pinkelnde Hund ist das, gell? Warte mal, ich helfe ihm mal. Oh, nein. Ich glaube, ich habe ihn repariert, den Mann. Hallo, ich bin Winifred. Ich war auch schon lange nicht mehr so aktiv wie heute. Wee! Und auf den Kopf angestoßen. Was ist hier los? Hier labert auch jemand die ganze Zeit in so de Plums. Hey! Hey! Let me circle you... Hey! Aha! Gander-Soldatin! Viel Spaß beim Kugelfuttern, Alter! Guten Appetit! Bam! Da, Smitsch! Na! Alter, wieso nicht da ist? What's that pin? Ich bin schon wieder da und habe noch immer ein bisschen Wads für dich. Bam! Warte, Alter! Oh, wie sie ruft! Oh, scheiße, Mann! Oh, wie sie vor dem Ding liegt, Mann! Wie soll ich jetzt das Ding aufmachen? Hey! Geh mal kurz da rüber, okay? Oh, wie sie sich ganz gemütlich hinlegt. Vielleicht setze ich sie doch auf den Stuhl drauf. Willkommen in der Chiller Lounge. Das liegt so... Oh, es ist so geil hier zu liegen, Alter. Manchmal hebe ich meinen Fuß circa hier hin und lege mich über meinen anderen Fuß. Alter, die chillt so enorm, die Frau. Das ist nicht mehr normal, ne? Ey! Ich würd' langsam mal wieder auffangen zu Schavalli. Sie hängt sich mit beiden, wie frech ist das? Ähm, ja, hier, komm. Abgeschlossen, such in Hand und sie ging nach Schrott. Aha, ich hab' sogar noch ne Schrott-Mission hier gehabt, von der ich mal wieder nichts wusste. Danke, Ada, dass du meinen Terminkalender so aus seinem Arsch her manövrierst, also mit deinem Arsch manövrierst, äh, bearbeitest. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Dass hier ein chemisches Leck ist. In China. Wie sagt ihr, China oder China? Chemie oder Chemie? Chlor oder Chlor? Los. Oh, ist doch viel Zeug drin auf einmal. Ui, guck mal dem. Ganz viel Kram und so. Manchmal Kristall. Automatisch Laserpistole? Alter, bleibt mir doch zum Dreck. So, was haben wir noch hier? Aha, ich muss wieder irgendwas eingeben. Das ist ganz schön confusing hier. Confusing, Eintreffer, okay. Confusing. Cool. Ich bin halt einfach mal ein Tier, ne? Terminkalender, 25 Oktober 2077. 9 Uhr, Meeting mit Abteilungsleitern. Wisst ihr was? Das ist mir gerade im Oligam. Das hier nur treibt. Safe-Steuerung, aha. Ich hab ihn jetzt mal aktiviert, den Safe. Das kann ich halt wieder deaktivieren, wenn ich möchte. Aber es ist mir gerade mal legal, oder? Komm, wir setzen sie noch auf ihre letzte Ruhestätte hier. Und dann ist aber jetzt wirklich gut... Wiederhole, mein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das... Dann haben wir echt genug für die Frau gemacht hier. Alter, krass, wie enorm die chillt. Jetzt aber aussehen. Halt, ich will doch diese Proben da sammeln, ne? Diese Komischen. Wo ist eigentlich der unsichtbare Bock hingegangen? Und ist irgendwo ein Weg nach unten, damit ich diese verschissenen Sachen aufsammeln kann, die ich die ganze Zeit sammeln soll. Mach jetzt mal... Oh, jetzt wo ich hier stehe. Ne, Leichtbau. Klar, dass die stirbt, wenn sie Leichtbau klammern. Na, 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 na. Plastik-Scheiß, wird mein Vater jetzt sagen. Das ist ein Plastik-Scheiß. So wie ein Überraschungseier. Kann ich mal schmeißen. Die Bewachsenen wissen halt, wie das Leben so tickt, ne? Das ist so ein Plastik-Scheiß. Und die kann ich grad mal ein ganz Stück Hase geben. Oder den Plastik-Scheiß. Kann ich da Hase geben. Ey, da wo bist du überhaupt? Sie labert halt die ganze Zeit nicht zurück. Alles für Luft. Und dann ist sie irgendwo noch nicht in mir. Wiederhole. Ein chemisches Leck wurde entdeckt. Bitte das Gebäude umgehend evakuieren. Bin am Arbeiten. Ich kann jetzt nichts evakuieren. Hier, es ist ja... Belaksam mal zu bunt wird mir das hier. Hallo, hallo. Bin ich ja richtig im, ähm... Nasepäderraum. Hallo. Ich will grad mal mir dein ganzes Geld geben, bitte. Dankeschön, gell. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Boah ey, voll viel Dreck hier und so. Aha. Hab ich gefunden, Drecker. Bin der Mann mit der Minigarn. Wie sich's gereimt hat. Ich werd sowas von Hip-Hop-Rapper. Wo ist die Minigarn an? Ich will sie sofort sehen. Aber die ist halt schwer, ne? Die ist doch schon schwer. Kannst du machen, was du willst. Die ist schon schwer. Komm, Alter. Wir haben's doch an Drogen. Wir können doch alles tragen, wenn wir's nur wollen. Labor-Zugang. Und wie ist das Labor? Oh, will hallo? Bestimmte Considers, ne? Is it the Considers? Ah, sicherlich. Bin durch. Bin durch. Sicherheitstür und Steuerung. Öffnen die Tür. Leute. Also hier ist ja wieder in Ordnung. Da könnte ich das Licht wieder brechen direkt. Oh. Geh mal net lang. Leute, ihr müsst... Sie gehen mal ausschalten. Es stinkt ja wie die Sau. Kein Wunder, dass da alle sterben. Äh, geht's, geht's einfach direkt daraus. Ein chipiges Leck, äh... Ja, weiß ich das schon. Dekontaminierung starten. Sehr schön. Mach mal jetzt. Es stinkt nämlich wie die Sau. Zugriff auf Dekontaminierungs... Archen. Abgeschlossen. Initialisierung des Dekontaminierungsprozesses abgeschlossen. Ah, na also. Endlich ist die Stinke vorbei. Erstmal schön Dekontaminieren. Ja. Ja. Ihr lügt doch jetzt gerade. Ops, Alter, hier. Ops, 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 Ops! Verrückt mich. Aida, wo ist Aida? Ich hab sie noch nie gesehen. Ich hab sie schon ewig nie mehr gesehen. Wo ist sie hin? Milch aufs. Der Unsichtbare fliegt durch. Ne, oder? Er ist echt unsichtbar. Der ist hier runter gekommen. Wer hat dann das gemacht? Da ist er. Egal. Oh. Er haut so enorm rein mit seiner Plasmawaffe. Da, Alter. Sparst du mich. Hoffentlich habe ich ihn jetzt getroffen auch. Naja, ist nicht nett. Die Minigun ist ja ultra kacke. So, Kampflinte am Start, Alter. Bleib stehen. Boah, der hat von die Gosh bekommen. Shit, 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 shit. Geh weg. Mistig. Wie er lacht. Wie er mich auslacht. Nur weil ich mir gerade ein Stimpack gedrückt habe. Mistig ist. Er nimmt ein Stimpack? Nee. Er füllt sich und füllt sich. Wo ist die verschissene Aida, wenn man sie braucht? Das gibt mir jetzt ein Critical in die Frans. Nein. Boah. Er hat noch... Ja, mein mysteriöser Fremder ist endlich mal da. Endlich kommt er mal, oder? Wir nennen ab jetzt Robert. Rob, Robert. Hallo, Zigen. Schlüssel. Und eine Gandernotiz direkt durchlesen. Missionsanweisung. Muss mich konzentrieren. Schreiben hilft vielleicht. Irgendein Gas im Labor. Als wir reingingen, strömte es aus. Kam in die Belüftung. Überall hin. Alle drehten durch. Locke und Harold richteten die Waffen auf mich. Hab sie erschossen. Glaube ich. Ein schlimmer Gedanke. Shit. Hab die Tür wieder verriegelt. Es darf nichts mehr nach draußen gelangen. Wenn ich warte, kann ich mich vielleicht anpassen. Ich muss das durchstehen. Ich muss... Es tut so weh. Ich kann sie hören. Stimmen. Sie kommen. Sie kommen. Dann hab ich schon eine Bobo gebissen. Kunde. Geheim. Ziel. How to gain. Mission Bergung von Tech. Ziele. Erkundungsteam kontaktieren. Frontalangriff. Gegenwehr oder automatische Verteidigung ausschalten. Stellung befestigen. Militärische Vorkriegstechnologie sichern. Kunde ist besonders an den Waffen Invis Wave und Löcher interessiert. Einzelheiten Lücken. Zugriff auf Zentralrechner. Baupläne herunterladen. Alter, ich will auch das Invis haben. Den Baumgart verschissen. Zugriff nehme ich auch mit. Oh yeah. Da haben wir den ersten Behälter, den wir mitnehmen sollen. Perfekt. Perfekt. Okay. Oh, eine Nougat Cola. Sehr gut. Eine Quantum. Aha. Ja. Miniaturbombe. Nice. Und hier... Oh. Schirmische Forschungsdaten aus Vault 88. Sehr gut. Und den haben sie zu gehen. Schlüssel. Nice, Alter. Endlich können wir zur Aufseherin Wurstkanone gehen. Und ihr das scheiß Zeug geben. Hier ist das alles erledigt hier drin. Was ist hier unten? Bitte das Gebäude evakuieren. Oh, Leute. Oh, Leute. Esplanade. Geh mal halt mal raus und gucke, was so ist auf der Esplanade.